Ich würde aber auch sagen, in der letzten Folge für heute, für die heutige Aufnahmesession, würden wir den hier einfach mal weitermachen. Dann ist es schon langsam auch spät. Ich bin heute schon seit 7 Uhr am Aufnehmen. Und wir haben es jetzt schon 18.10 Uhr. Langsam kriege ich auch Hunger und muss auch langsam auch mal was anderes machen. Aber ihr habt dann jetzt auf jeden Fall genug Content von House Slipper, Cyberpunk und so weiter für die nächsten paar Tage, sagen wir mal so, für mindestens, sagen wir mal, anderthalb Wochen von allem. So, dann brauchen wir, nee, nicht hier. Gebände. Gips brauchen wir hier auf jeden Fall. Dann können wir hier, nee, das hier. So, dann machen wir die hier alle erst mal fertig. Das mal mit. Und hier gibt es noch mehr. So, da oben. Und das hier. Hier ist nix. Hier ist nix kaputt. Hier ist aber was. Nee? So. Und so. Schauen wir mal, was es hier noch gibt's. Hier unten noch. Ansonsten hier. Dann haben wir ja schon alles gemacht. Ah, da oben habe ich noch was vergessen. Und das da. So. Komm ich dran? Ja. Das hier noch. Ah, nice hat den da mitgenommen. Gut. Was ist da noch? Wie dran? Ja, komm. So. Mich. Und das hier. So, dann waren wir jetzt hier einmal rum. Jetzt müssen wir einmal oben. Und da haben wir immer noch zum Glück das Gerüst. Dann werden wir mal da hin. Und hier. Ring. Ah, egal. Egal, hier ist zum Glück nichts oben. Gut. Ansonsten nur das da. So, das mal mit. Also, beziehungsweise machen wir den einmal voll. So. Hier gibt es sonst nichts. Da auch nichts. Und hier sonst auch nichts. Die sehen sehr dreckig aus. Der scheint sehr, sehr weiß zu sein. Ne, das ist eine andere. Ist das da. Komplett anderes. Hm. Nicht die Abs. Das hier. Dafür da oben werden wir noch was brauchen. Was nehmen wir denn dann für die Wände und Paneele? Hm. Ich habe gedacht, auf jeden Fall Paneele würden da gut. Und der Naturstein wäre auch nicht schlecht. Oder hier Bandkleeven. So. Hm. Da habe ich gerade keine Ahnung, was wir nehmen. Ich denke, Paneele machen da am meisten Sinn. Dass wir hübsche Holzpaneele für diese Hütte hier nehmen. Für den Palast hier. Dann bleiben wir auch bei Paneele. Hm. Ich habe gedacht, vielleicht irgendwie was helles, weißes, so wie es bisher jetzt ist. Oder was extrem dunkles. Komm, wir nehmen das. Wir bleiben bei denen. So, dann. Eins und zwei. Das müsste hoffentlich reichen, ja. So. Ja, da müssen wir auch noch irgendwie dran kommen. Mach mal mal alle zu. Oh, dann wird das ein Spaß. Ein sehr, sehr teurer Spaß hier. Ich glaube, von der geplanten, letzten Folge für heute wird denn daraus nichts. Dann umso besser für euch. So, jetzt brauchen wir auch noch mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf und die sechs. Hallo? Hallo? Ja. So, wo waren wir hier? Oh, ich hatte jetzt richtig Panik gehabt. Ich sehe jetzt aus, was in drinnen hier die Paneele drauf klatscht. Zoh? Das reicht mir also genug für diese Wand auf jeden Fall. So und die letzten zwei Stapeln hätte ich wahrscheinlich für die nächsten brauchen müssen. So den nehmen wir mal mit und gehen mal darüber. Da sind die Paneele heruntergeklatscht. So dann gehen wir hier hoch. Das machen wir zu, das machen wir zu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So müssen wir jetzt irgendwie da dran kommen. Haben wir schon. Nice. Dann machen wir die beiden auch hier hin. So. Den stellen wir mal jetzt wieder so hin. Mir ist wichtig, dass wir erstmal hier oben das alles fertig haben. Bevor wir unten alles machen. Dann hier noch. Dann brauchen wir den da wieder. So. 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 Brauche ich mir nochmal zwei Stapel. Rohr. Ja. Komm ich bis da hinten ran. Noch. Ja. Ja. da komme ich ran. So, dann nehme ich wieder mit. Dann hier noch. So, der ist wieder runtergepumst. Und da ran. Nicht wirklich, also mache ich erstmal hier so. Führe zu oder Fenster zu. Ja, den haben wir geschafft und dann hier. Und die 5 wieder. Vielleicht haben wir das Schwimmstück. Nehmen wir nochmal. So, 2 Spapel. So. Das wäre schön, wenn ich die Decke hier auch selber halten könnte, neu. So, den nehmen wir auch wieder mit. Ja, komm. So. Ne, noch nicht ganz. So. Nochmal zu. Und hier wieder. So, dann wieder nochmal ein paar Stapeln. 1, 2, 3. Nein. Boah. Hast du runtergefallen? Ne. 1, 2, 3. Aber das müsste reichen. Das hat eine Reichweite, was Wende angeht. Und das, was die, äh, weiter angeht. Was höher angeht, hat er keine gute Reichweite. Wenn wir noch schließen. Da komme ich noch ran. Gut. Da noch so ran. Naja. So komme ich auch nicht wirklich ran. Muss ich also wieder mitnehmen. Natürlich. Die Knallen da runter. So, dann mache ich die beiden eben noch. Dann nehme ich den nächsten Stapel. Den nächsten 10er Stack. Nein. Auch nicht runter. Hm. So. Und ab. So. Das ist jetzt gut. Dann hier einfach so. 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 Mar forensisch. So. 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 gespannt was ich jetzt für diese bude würde es ist schon ein ordentlicher palast und 70.000 fast 80.000 dafür auszugeben ist schon auf jeden fall so nehmen wir wieder mit und könnte ich finden super nice dann nehmen wir hier mit die ich hier noch eben ganz ganz schnell wieder runter und wieder los und klettern dann machen wir einmal so oh nein Ja, so kommen wir dran. Nice. Erstmal den hier verschieben. So. Ja. Nehmen wir den so mit. Nein, wir wollen nach oben. Ja. Dann haben wir euch hier nochmal und die hier. So. Müssen wir den hier auch wieder verschieben. 1, 2. ich und ihr da unten habe ich und dann noch einmal verschieben sind wir wieder vorne Einmal kontrollieren dann haben wir oben alle Wendeeimer gehabt hier ist alle offen es sieht so aus als hätten wir alle geschafft ich sehe jetzt nichts wo was fehlt sonst oben rum nur noch hier unten da ja oben rum passt es können wir den hier endlich verkaufen und wir fangen mit der Band dann an dann kaufen wir uns nochmal hier zwei Sechs so machen Taschenlampe an und hier hier wieder aufmachen und nochmal dann haben wir gleich außenrum auch einmal alles fertig sobald wir hier durch sind hier für die Seite auch nochmal zwei Bye und dann toll wieso wieso nö die war schon eher so ja jetzt ist es auch egal so so dann brauchen wir jetzt hier 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 und hier 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 noch mit und gehen hier rüber hier 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 den nehmen noch mit und dann hier nochmal den hier, hier einmal unten rum, dann nochmal drei Stacks um hier oben noch zu klatschen ja schnell die Sachen immer leer gehen so brauchen wir nicht gut die fünf noch hier glaube ich, ich brauche für die Seite nur ein Stack 2 bräuchten wir aber, den Rest brauchen wir hier da haben wir es gleich ich bin schon an der letzten Wandseite zahmenseite da unten rauchen wir nicht ja, das ist die letzte, genau die sechs nehmen wir auch noch mit Entschuldigung so dann bräuchten wir noch zwei Stacks sag ich mal eins drei ja ich glaube das müsste passen so da habe ich doch irgendwas noch übersehen ne und da oben noch und die letzten zehn mal kurz schauen ob wir da nicht vielleicht noch irgendwo was übersehen haben oben glaube ich haben wir alles wer sieht so aus als hätten wir alles gemeistert ja bisher hat's das jetzt so jetzt wir hier hier hier